In diesem Video erkläre ich dir, wie du aus ein bisschen Zitronensaft, einer Unterlegscheibe und einer Kupfermünze deine eigene Batterie konstruieren kannst. Die Idee ist, dass du am Prinzip der Zitronenbatterie verstehst, was Strom ist, was Spannung ist und wie es überhaupt sein kann, dass wir mit einem chemischen Prozess Elektronen gewinnen können, durch eine Schaltung leiten können und dann beispielsweise eine LED zum Leuchten bringen. Wir machen das Ganze in der Praxis und führen danach noch einige Messungen und ein paar Versuche durch. Ich bin Andreas von The Fairless Engineer und los geht's! Wir haben ja im Modul zur Spannung schon gesehen, dass elektrische Felder Ladungsbewegungen verursachen. Und das ist genau das, was eine Batterie macht. Eine Batterie, die hat zwischen ihren beiden Polen eine Potenzialdifferenz. Und diese Potenzialdifferenz, die überträgt Energie auf die Elektronen, die sich in diesem Feld befinden und das führt dann zu einer Ladungsbewegung. So, und wenn wir jetzt diese Batterie an einen Stromkreis anschließen, dann ist die Coulomb-Kraft die treibende Größe, die eben die Elektronen vom Minuspol, das ist die Kathode, hin zur Anode treibt. Und es gibt ja noch diese Definitionsunterschiede zwischen technischer und physikalischer Stromrichtung. Also die Elektronen, die wandern natürlich vom Minus zum Pluspol, aber der Strom, der fließt vom Pluspol zum Minuspol, also von der Anode zur Kathode. Und wenn dann Stromzählpfeile mal eingezeichnet werden, dann muss man immer die technische Stromrichtung nehmen. So, und um jetzt eine Potenzialdifferenz erzeugen zu können, da muss es uns irgendwie gelingen, einen Überschuss negativer Ladungsträger an der Kathode zu generieren und einen Mangel von Ladungsträgern, von negativen Ladungsträgern an der Anode. Das heißt, wir haben einen Konzentrationsunterschied. Und wenn uns das gelingt, dann gibt es einen sehr, sehr nützlichen Automatismus in der Natur, die nämlich immer bestrebt ist, Unterschiede auszugleichen. Genau wie der Stausee, wenn man da die Schleusen aufmacht, dann wird das Wasser sich auch irgendwann angleichen, bis es auf der gleichen Höhe ist. Und wenn wir einen Konzentrationsunterschied in der Batterie erzeugen, mit sehr vielen negativen Ladungen hier und sehr vielen positiven Ladungen dort, dann wird sich das irgendwann in der Mitte treffen und an dem Punkt hier, da ist unsere Batterie dann in dem Sinne leer, dass wir da keine Ladungen mehr mit transportieren können. Das ist das Grundprinzip, die Grundüberlegung, die hinter einer Batterie steckt. Wir haben ja ein Modul zum Aufbau von Atomen schon gesehen, dass Atome in ihrem ungeladenen Grundzustand genauso viele Protonen im Kern besitzen, wie Elektronen auf den Schalen drumherum. Und jetzt gibt es bestimmte Umstände, das heißt beispielsweise eine chemische Reaktion, die dazu führen kann, dass eben Energie so in dieses System eingebracht wird, dass da Elektronen herausgelöst werden aus diesem Atomverbund. Und eine Möglichkeit, das zu tun, die kannst du da unten in dem kleinen Diagramm sehen, da ist so eine Wanne und in der Wanne, da steht eine Zinkelektrode drin und die ist erstmal für sich gesehen elektrisch neutral. Aber wenn wir jetzt Säure reinfüllen in diese Wanne und zwar so, dass der untere Teil der Zinkelektrode davon berührt wird, dann findet da eine Oxidation statt. Und bei dieser Oxidationsreaktion, da werden Elektronen herausgelöst aus diesen Zinkatomen. Das heißt, ein Teil der Zinkatome, der wandert in diese Zitronensäure rein und in der Zinkplatte, die Elektrode, die da eingebracht wurde, da verbleiben dann überschüssige, freie, negative Ladungsträger. Und da rechts, da kannst du die Reaktionsgleichung sehen, also das Zink, das reagiert und das führt dann dazu, dass auf der rechten Seite in dem blauen Kasten zwei überschüssige Elektronen entstehen. Und das genau, das ist unsere Stromquelle. Und das passiert eben mit ganz, ganz vielen Atomen in der Zinkelektrode, die von der Zitronensäure bedeckt sind. Und die Summe der Atome, bei denen diese Reaktion stattfindet, das ergibt den Stromfluss, den wir später ausnutzen wollen, um diese frei gewordenen Elektroden zu transportieren, an eine andere Stelle, am besten durch einen Stromkreis. Und einen Stromkreis, den kannst du unten rechts sehen, da gibt es die Zinkelektrode, in der die Elektroden produziert werden. Und auf der linken Seite, da gibt es jetzt neu eine Kupferelektrode. Und die hat eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die hat nämlich eine erhöhte Elektronegativität. Das ist eine Neigung, Elektronen anzuziehen. Und wenn die eingebracht wird in diese Zitronensäure und auch noch mit einem Kabel oder einem Schaltkreis oder einem Leiter verbunden wird mit der Zinkelektrode, dann werden die auf der Zinkseite durch die Oxidation herausgelösten Elektronen transportiert durch diesen Leiter hin zur Kupferseite. Und dort verbinden sie sich mit positiv geladenen H-Plus-Ionen. Und diese Reaktion, die nennt man auch Reduktion. Und da kommt dann am Ende Wasserstoff heraus, elektrisch neutraler Wasserstoff, der in die Umgebungsluft aufsteigt. Wir wollen jetzt gar nicht zu tief in die Chemie einsteigen, aber solche Reaktionen, Reduktion auf der linken Seite und vorher die Oxidation auf der rechten Seite, die nennt man auch Redoxreaktion. Und das ist im Grunde das Prinzip hinter jeder Batterie, wobei sich die Materialien natürlich unterscheiden. Und in echten Batterien, da ist auch keine Zitronensäure drin. Ja, und im ersten Teil des Experiments, da werden wir erstmal die Batterie natürlich aufbauen und betreiben. Und dann werden wir da einen Multimeter anschließen und das zuerst auf den Messbereich Spannung stellen und uns anschauen, welche Spannung abfällt zwischen diesen beiden Elektroden, der Kupfer- und der Zink-Elektrode. Und danach, da schalten wir um auf Ampere und werden uns anschauen, welchen Stromfluss diese Apparatur hier überhaupt in der Lage ist, aufzubauen. Es wird nicht viel Strom sein, aber es ist auf jeden Fall eine messbare Größe und die Frage ist natürlich, wie viel ist es? Ja, und im zweiten Teil des Experiments, wenn wir festgestellt haben, dass der Strom, der da erzeugt wird, sehr, sehr klein ist, da werden wir verschiedene Zitronenbatterien in Reihe schalten und zwar so viele, dass wir in der Lage sind, eine Leuchtdiode zumindest etwas zum Leuchten zu bringen. Und die Frage ist, wie viele Batterien braucht man denn am Ende, um so eine Leuchtdiode überhaupt zu irgendeiner Reaktion zu veranlassen? Das sehen wir uns an. So, bevor es mit den Messungen losgeht, sehen wir uns einmal den Versuchsaufbauern. Was du hier sehen kannst, ist so eine Plastikbox zum Wegsortieren von Bauelementen und ich habe die zweckentfremdet und habe hier solche Münzen reingeklebt. Das sind 5-Cent-Stücke, die eine Kupferoberfläche haben und das hier sind Unterlegscheiben, die verzinkt sind. Und das haben wir ja schon im Theorie-Teil gesehen. Das ist unsere Elektronenquelle, aus der mit Säure Elektronen herausgelöst werden und die fließen dann durch einen Stromkreis, durch ein Kabel hin zu der Kupferseite und verbinden sich dann hier an der Stelle, wo das Kupfer gleich Kontakt mit der Zitronensäure haben wird, mit positiv geladenen Wasserstoffatomen, also Wasserstoffionen und dann steigt das Ganze in die Umgebungsluft auf. Das ist der Stromkreis, den wir uns jetzt hier gleich anschauen werden. Und uns interessieren zwei Dinge. Erstens, wie viel Spannung kann so eine Zitronensaft-Batterie liefern mit diesen beiden Metallen und wie viel Strom kann sie liefern. Diese mehreren Kammern, die spielen gleich noch eine Rolle. Jetzt sehen wir uns erstmal nur eine einzige Kammer an und zwar die hier in der Mitte. Gut, um das auszuprobieren, müssen wir das Ganze erstmal verkabeln. Dazu nehme ich mir das Plus-Kabel. Die Plus-Seite, das wird unsere Kupfermünze. Ich werde das hier einmal so befestigen, dass es sich einigermaßen festhält und sich nicht von selber löst. Jetzt haben wir das Ganze verbunden mit dem Plus-Pol des Messgerätes. Jetzt muss ich das schwarze Kabel hier noch irgendwie hinten rumlegen und das Ganze mit der verzinkten Unterlegscheibe verbinden. So, jetzt sind wir fast fertig. Was noch fehlt ist, Spannungsmessung zuerst. Wir müssen das Multimeter hier in den Spannungsmessmodus schalten. So, jetzt kannst du in der Anzeige den Wert 0,0 sehen. Klar, es ist ja noch keine Zitronensäure hier drin. Und jetzt habe ich hier so eine Zitronensäureflasche aus meiner Küche. Das ist so ein Zitronensaftkonzentrat. Das ist sehr, sehr sauer. Und das ist wunderbar geeignet, um eben diese Reduktion und dann die Oxidation, falls ihr das aus dem Chemieunterricht was sagt, auszulösen. Gut, wir öffnen die Flasche und jetzt gieße ich hier Zitronensaft hinein. Schau dir gut die Anzeige an und sobald die Münzen Kontakt haben mit dem Zitronensaft, das ist jetzt der Fall, dann kannst du hier in der Anzeige sehen, dass dort in der Tat eine Spannung gemessen werden kann, die jetzt an diesen beiden Münzen abfällt. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Potenzialunterschied und dieser Potenzialunterschied, den messen wir hier mit dem Multimeter. Jetzt schalten wir das Ganze in den Strommessmodus. Hier unten habe ich die Einstellung Mikroampere. Da wird auch nicht viel Strom fließen. Stellen wir da einmal das Ganze drauf. Und jetzt findet ein Elektronentransport statt von der verzinkten Unterlegscheibe hin zur Kupfermünze. Und zurzeit sind das 230 Mikroampere. Das ist ein ganz, ganz geringer Strom. Der nimmt auch ab, weil die Elektronen schneller abfließen, als sie nachproduziert werden können. Deswegen sinkt die Anzeige. Und das ist das, was uns eine Zelle dieser Selfmade-Batterie an Strom liefern kann. So, jetzt machen wir das Ganze wieder aus. Und im zweiten Teil des Experimentes, Kabel wieder ab, da wollen wir uns anschauen, was man eigentlich machen kann, wenn man mehrere von diesen Batterien hier in Reihe schaltet. Das heißt, wir addieren im Prinzip den Stromfluss, der insgesamt fünf Zellen und versuchen damit mal eine Leuchtdiode zum Leuchten zu bringen. Damit das Ganze funktioniert, habe ich Kroko-Klemmen mitgebracht. Und mit diesen Kroko-Klemmen, da verkabeln wir jetzt diesen Aufbau. Fangen wir hier auf dieser Seite an. Also zuerst wird diese Kupfermünze, die löst sich schon so ein bisschen, diese Kupfermünze verbunden mit der verzinkten Unterlegscheibe der zweiten Batteriekammer. Das heißt, das hier wird nachher unser Minuspol, das hier wird nachher unser Pluspol. Und wir müssen das Ganze jetzt nacheinander in Reihe schalten mit diesen Kabeln. Als nächstes, da wird diese Kupfermünze verbunden mit dieser Unterlegscheibe, die jetzt schon im Zitronensaft schwimmt. Und wenn der Strom dann in der mittleren Zelle angekommen ist, müssen wir ihn da auch wieder wegbringen. Das Ganze machen wir mit diesem Kabel hier. Das kommt an diese Unterlegscheibe, an diese Münze und führt zu dieser Unterlegscheibe. Also es werden immer Münzen mit Unterlegscheiben verbunden. Und jetzt fehlt noch ein einziger Anschluss. Und zwar müssen wir jetzt noch hin zu von dieser Münze zu dieser Unterlegscheibe. Gut, okay. Jetzt können wir das Ganze in Betrieb nehmen. Ich schließe dazu als erstes das Messgerät an den Pluspol an. Wir wollen zuerst mal eine Spannungs- und eine Strommessung wieder machen und danach schließen wir die Leuchtdiode an. So, Pluspol ist angeschlossen. Minuspol machen wir jetzt. Hier kommt die Klemme für den Minuspol. Jetzt schalten wir in den Spannungsmessmodus. Und hier kommt der Zitronensaft in die erste Zelle, in die zweite Zelle, dritte Zelle ist schon, in die vierte Zelle und in die fünfte Zelle. So, und jetzt tut sich auch in der Anzeige was. Wie du sehen kannst, ist jetzt hier die Spannung dieser fünf in Reihe geschalteten Zitronenzellen auf 5 Volt hochgeschnellt. Das fällt zwar ab, aber relativ langsam. Wir sind noch bei über 4,9 Volt. Und wenn ich jetzt wieder auf den Messbereich für Strom schalte, dann kannst du sehen, dass jetzt hier ein Gesamtstrom von knapp 500 Mikroampere fließt, der aber rapide fällt. Das ist das, was wir mit fünf in Reihe geschalteten Zellen erreichen können. Jetzt schalten wir das Ganze wieder aus. Und jetzt kommt eine Leuchtdiode. Und diese Leuchtdiode hier, die werde ich mal versuchen, hier oben so draufzustellen, dass man die einigermaßen sehen kann. Und wenn wir das Ganze jetzt anstelle des Messgerätes mit dem Stromkreis verbinden, dazu brauchen wir noch zwei weitere Kabel. Jetzt wird das Messgerät wieder abgeklemmt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir wollen jetzt den Pluspol der Batterie mit dem längeren Beinchen der Leuchtdiode verbinden und den Minuspol der Batterie mit dem kürzeren Beinchen. Die Beinchenlänge kann man jetzt nicht sehen, weil das hier in diesem kleinen Breadboard steckt. Aber der linke Anschluss, das ist der Pluspol. Den verbinden wir hier mit der frei gewordenen Kupfermünze. Und das rechte Beinchen, das ist der Minuspol. Der kommt hier zur Zink-Unterlegscheibe. Und den verbinden wir hier mit diesem Teil. Wenn ich jetzt hier an der Seite die Unterlegscheibe anklemme und wieder abklemme, dann kannst du in der Leuchtdiode sehen, dass die eingeschaltet wird und wieder ausgeschaltet wird. Das ist kein helles Licht. Und du kannst jetzt sehen, dass selbst 5 in Reihe geschaltete Zitronenbatterien gerade mal genug Strom produzieren, um diese Leuchtdiode ein kleines bisschen zum Glühen zu bringen. Also es ist nicht wirklich viel Energie, die wir hier entnehmen können. Aber das Prinzip der Batterie und der Produktion von Strom, das kann man hier wunderbar dran zeigen. Zum einen durch Messungen, zum anderen durch die Leuchtdiode hier. In diesem Video hast du gelernt, welche chemischen Prozesse im Inneren einer Batterie ablaufen, was das Wirkprinzip dahinter ist und wie man mit diesem Konzept einen Stromfluss erzeugen kann und eine Spannung erzeugen kann. Du hast außerdem gesehen, dass man dazu Metalle braucht mit unterschiedlicher Elektronegativität, wie zum Beispiel Zink und Kupfer und eben irgendeine Säure, beispielsweise Zitronensäure oder auch Essig. Das geht auch, um eben diese Redox-Reaktionen auszulösen. Und zum Schluss, da haben wir ein Experiment gemacht mit einer Zitronenbatterie, haben daran Messungen gemacht von Strom und Spannung und dann im zweiten Teil haben wir eine LED mit mehreren in Reihe beschalteten Zitronenbatterien zumindest ein bisschen zum Leuchten gebracht. Ja, und das war es auch schon für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da und abonniere ich meinen Kanal. Dann bekommst du auf jeden Fall schnell mit, wenn neue Videos von mir online gehen. Wenn du Fragen hast, irgendeine Art zu diesem Video oder Vorschläge hast für neue Videos, die ich noch machen soll, dann lass mir gerne einen Comment unten da und ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier auf The Fearless Engineer.